Hallo ihr Lieben, heute ist wieder Epoxy Tarts Time und ich möchte diesmal eine Schüssel machen. Ich habe mir vor einiger Zeit eine große Silikonform geholt, in der Form wie ich sonst die ganzen Untersätze habe und dementsprechend habe ich dann eben entschieden, ich will keinen Untersetzer, keinen großen oder irgendwie Tablette haben, sondern ich möchte gerne eine Schale mal wieder ausprobieren. Und ich habe letztens gerade wieder unter einem Video den Wunsch gehabt, dass da jemand kommentiert hat, dass ich doch noch mal mehr so ein bisschen Details einfach erzähle und das mache ich jetzt hiermit einfach auch, weil es bietet sich so ein Stück weit an. Es gibt unterschiedliche Harz-Möglichkeiten, also das ganze Epoxidharz besteht ja aus zwei Komponenten, einmal aus dem Hertha und einmal aus dem Harz. Und es gibt unterschiedliche Firmen, die man nutzen kann, viele sind auf Mastercast oder ähnliches. Ich bin tatsache auf Resin vor Dekor, ich habe es auch schon immer mal unter meinen Videos verlinkt. Ich mag es ganz gerne. Bei den Epoxidharzen gibt es dann eben auch noch Unterschiede zwischen flüssiger oder eben ein bisschen dickflüssiger schon. Das nennt sich Viskosität. Bei mir ist es die Optimum Viskosität, die ich für mich persönlich als das Beste jetzt aktuell entschieden habe, weil für meine Zwecke, wie ich gerne manche Sachen mache, einfach am besten war. Ich hatte jetzt auch schon mal dickflüssiges Harz, was für mich aber unglaublich schwer war, einfach auch vom Anrühren her. Ich bin ja nicht so die Kräftigste, was so Hände angeht. Und da man ja doch einen Moment rühren muss, ist es nicht ganz so einfach, dann das Ganze eben zu rühren. Und für mich ist es jetzt mit dem dünnflüssigen, also mit dem Optimum, aktuell die beste Variante. Die nutze ich jetzt schon eine ganze Weile und freue mich da eigentlich auch drüber, dass das ganz gut funktioniert. Habe schon mehrere Sachen mitgemacht und das Ganze, das seht ihr jetzt auch, das Ganze war jetzt sehr klar. Und jetzt, wo ich anfange an zu rühren, wird es so ein bisschen milchig. Das Ganze muss so lange gerührt werden und am besten auch am Rand, am Boden gut alles durchrühren, damit es sich wirklich komplett vermischt. Und dann, wenn man fertig ist, dann wird es nämlich wieder klar. Und das ist der am besten der Zeitpunkt, also wie erklär ich es am besten, da einfach gut reingucken, in den Becher von außen gucken, wie sieht es aus. Ist es klar, ist es nicht klar. Und ich habe so ein bisschen so die Richtlinie, so vier Minuten. Je nachdem, wie viel Masse ich natürlich auch habe, habe ich eine kleinere Masse, mache ich es natürlich nicht ganz so lange, weil dann ist es einfach viel, viel schneller schon fertig. Aber so bin ich bei vier Minuten eigentlich immer ganz gut im Zeitlimit. Und dann schaue ich halt individuell, was am besten funktioniert. Und je nachdem, wenn zum Beispiel, wenn man jetzt unglaublich schnell und hektisch rührt, dann kommen ganz viele Luftbläschen. Die Luftbläschen lasse ich manchmal dann den Becher einfach nochmal im Moment stehen. Dann kommen ein paar von den Luftbläschen schon von alleine nach oben. Und dann kann man eben auch loslegen, das Ganze zu verarbeiten. Und die ganzen Harze, je nachdem, welche Firma, da unbedingt auch die Anleitung schauen, weil es gibt eine gewisse Verarbeitungszeit. Also wie viel Zeit hat man, um das Ganze zu verarbeiten und also auch zu gießen, zu Farbe reinzumachen und, und, und. Da gibt es ganz unterschiedliche Zeiten. Manche sind auch, ich hatte schon mal eins mit 15 Minuten, aber 45 Minuten, 30 Minuten ist man ganz gut in der Zeit meistens. Aber wie gesagt, da unbedingt dann auch die Zeiten auf der Anleitung beachten. Dann habe ich, wie ihr ja seht, habe ich Handschuhe. Die Handschuhe sind sehr wichtig. Bitte immer darauf achten, dass das auch gemacht wird. Es gibt ganz viele Videos, wo wirklich die Leute keine Handschuhe anhaben. Was für mich fahrlässig ist, einfach weil das ein falsches Vorbild ist. Ich glaube, ich hatte einmal auf meinem Video mal die Handschuhe nicht an. Da habe ich aber Tatsache sehr aufgepasst, dass der Becher eben nichts irgendwie überläuft oder ähnliches. Aber ja, ich nutze eigentlich jetzt, egal, bei 30 Grad im Schatten nutze ich Handschuhe. Jetzt mal unabhängig davon, dass bei der Wärme das manchmal gar nicht so einfach ist, das Ganze zu gießen und auszuherten. Aber das ist dann eine Ausprobierensache, wie die Verhältnisse in der Wohnung sind oder in dem Raum, wo man es macht. Man sollte auch immer, wenn möglich, einen eigenen Raum haben, wo man das Ganze bastelt. Und dann gibt es hier, wie ich euch gerade gezeigt habe, unterschiedliche Farben. Es gibt Alkohol-Inkfarben, es gibt Mika-Pulver, es gibt Epoxid-Tarts-Pasten. Ich habe jetzt eine Mischung von allem irgendwie genommen, außer von Alkohol-Inkfarben. Alkohol-Inkfarben habe ich diesmal nicht mitgenutzt. Damit kann man andere schöne Effekte erzielen. Und genau, ich glaube, man fängt einfach mit dem Mika-Pulver an oder halt eben tatsächlich mit den Pasten. Ich muss sagen, ich tue mich manchmal mit den Pasten ein bisschen schwer. Dementsprechend bin ich meistens bei dem Pulver. Aber das ist alles eine Gefühlssache, etwas, was man ausprobiert. Ich glaube, man sollte sich einfach so ein kleines Starter-Kit kaufen. Es gibt zum Beispiel eine YouTuberin, Marmelade Science, die verkauft zum Beispiel Starter-Boxen. Und da ist dann soweit alles mit drin, was man braucht, um einfach mal zu starten und zu schauen. Eine Maske ist wichtig. Ich gucke mal, ob ich euch meine verlinke. Ich weiß, dass Masken nicht so gerne genommen werden. Ich nutze sie im Winter auch nur bedingt, weil ich da ganz viel das Fenster offen habe und dort einfach die Luftzirkulation viel, viel besser ist. Im Sommer, wenn es nicht ganz so warm ist, nutze ich sie auch weniger. Ich weiß, dass das falsch ist. Das wissen wir alle. Jeder hat eine eigene Verantwortung. Maske ist wichtig. Das gehört leider mit dazu, wenn man dieses Hobby ausüben möchte. Wie gesagt, ich gucke mal, ob ich jetzt dran denke, euch das noch mit rein zu verlinken. Das ist eine Standardmaske, die man nutzen kann. Und ja, hier vermische ich jetzt gerade vier Farben. Und die sind für mich jetzt so eine schöne Farbkombination gewesen. Ich kann auch schon vorwegnehmen, ich mag das Ergebnis sehr. Ich liebe es für mich von der Farbkombination. Und dementsprechend kann ich euch da also sagen, es wird ein schönes Ergebnis. Zumindest für mich. Ihr könnt gerne runterschreiben dann, wie ihr das Ergebnis findet. Sagt mir gerne mal Bescheid. Ja, ich kann ich auch schon vorwegnehmen. Ich musste nochmal anrühren, ein bisschen nachrühren. Ich hatte aber auch Gründe, ich wollte nicht zu viel anrühren, weil ich die Schüssel, wenn ich sie ja dann in Form bringen möchte, sollte sie für mich zumindest nicht ganz so dick sein. Ich wollte, dass da halt so ein bisschen, dass wirklich keine wuchtige Schüssel jetzt wird. Und dementsprechend habe ich erstmal ein bisschen weniger angerührt. Gehe jetzt immer mit den einzelnen Farben, ziehe ich meine Kreise. Also habe da auch nicht wirklich ein System. Ich wusste nur, ich ziehe die Kreise. Ich hatte erst überlegt, ob ich es in jeweilige Ecken reinkippe, was ich dann aber dagegen entschieden habe. Und gehe eben zum Beispiel mit dem Weiß auch einmal direkt drüber, über die einzelnen Kreise. Und ja, wie gesagt, ich mag die Farbkombinationen sehr. Gerade dieses Mint ist für mich ja schon eine sehr schöne Farbe mittlerweile geworden. Und auch das Rostrot, auch das Rosa. Also es sind für mich so schöne Farben jetzt auch gewesen. Die Farben habe ich übrigens aus einem Adventskalender, den auch Marmelade Science mit gemacht hat. Und das war für mich jetzt einfach ein schönes Austesten. Wo kann man Farben kaufen? Gibt es schöne Farben? Wie kann man es am besten machen? Ich finde die Farben sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich den Adventskalender jetzt nochmal kaufen würde. Weil ich glaube eher dann, wenn will ich Farben haben, wo ich mich bewusst für eine Farbe entscheide. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber so war das für mich jetzt ein ganz tolles Austesten und einfach mal schauen, was ist möglich. Und ja, das Ganze habe ich jetzt so ein bisschen, wie gesagt, gemacht. Zum Teil war es noch nicht komplett bedeckt. Da gieße ich danach noch ein paar Reste rein. Aber es war dann wirklich eine gute Höhe erreicht, die dann halt erstmal ihren Zweck erfüllt hat. Nämlich, dass ich damit eine Schale machen kann. Man kann das Ganze auch noch viel, viel, viel mehr nach oben befüllen. Was aber, wie gesagt, für mich jetzt keine Option war. Ich hatte dann versucht, die Lücken so ein bisschen mit hin und her schieben irgendwie zu befüllen. Was ich jetzt aber dann irgendwie festgestellt habe, ist in dieser Größe Tatsache nicht möglich. Das macht sich wirklich ganz, ganz schlecht. Und damit kann man sich so ein bisschen auch das Muster dann kaputt machen. Auch wenn Epoxidharz so einen ganz eigenen Kopf hat irgendwo. Wenn man sagt, man möchte das so, dann reagiert das Harz wieder ganz anders. Und das ist die Magie, die da entsteht. Das Harz macht so viele schöne Effekte. Und man weiß nie, was rauskommt. Und ich glaube, das finde ich auch so magisch, was dann da immer passiert. Warum ich es auch immer wieder mache, weil ich einfach denke, mal gucken, was da passiert. Und ja. Ja, und in die Mitte packe ich dann so eine Glass Cracks rein. Die habe ich einfach beim großen A bestellt. Ich finde die schön, weil die sind sehr bunt. Das passt jetzt eben auch einfach zu einer bunten Schüssel. Hatte jetzt auch noch ein paar Silbertransparente mit reingemacht. Wie gesagt, die sind wunderschön. Ich liebe sie sehr und habe es nicht bereut, mir die gekauft zu haben. Wer übrigens mal schauen will. Ich habe ein Video gemacht, wo ich mein komplettes Zubehör, was ich irgendwo habe. Ich habe einmal ein Video zugemacht, welche Silikonform ich habe. Und so ein Stück weit auch meine Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Und dann nochmal, welches Zubehör ich habe. Da sind eben auch zum Beispiel die Maske mit drin oder die Handschuhe oder, oder, oder. Hier habe ich übrigens die Glass Cracks noch so ein bisschen weiträumiger, ein bisschen verteilt. Aber wie gesagt, auch da, das Harz hat komplettes Eigenleben. Da passiert manchmal auch Sachen, dass die dann irgendwie wieder in die Mitte wandern. Irgendwie bleiben die dann bei mir nicht und das ist vollkommen okay. Wenn es jetzt so weit gegossen ist, dann wartet man eine gewisse Zeit. Und ich habe so ungefähr sechs, sieben Stunden gewartet. Ich habe geschaut, dass das schon eigentlich schon ganz gut fest ist. Da so ein bisschen, ich glaube, wer wirklich Anfänger ist, der sollte schauen, ob er nicht vielleicht mit einem kleinen Untersetzer anfängt. Und das Ganze dann so ein bisschen versucht, da einfach mal ein Gefühl für zu entwickeln. Mit kleinen Untersetzern funktioniert es immer sehr, sehr gut, dass ich da so ein bisschen eben ein Gefühl habe. Das habe ich relativ lange auch gemacht. Oder andere kleine Formen, einfach wie funktioniert das Harz. Ja, und nachdem ich, wie gesagt, so sechs, sieben Stunden habe ich gewartet. Ich musste ein bisschen länger aufbleiben, weil ich da noch warten musste. Und ihr seht noch, das Ganze ist noch ein bisschen weich, was eben halt auch gut ist für die Schüssel. Das heißt, ich hole es jetzt aus dieser großen Form raus. Alleine das mag ich schon. Leider hat der Ton nicht ganz so schön funktioniert, sonst würde ich euch jetzt dieses Entformen irgendwo noch zeigen. Das war aber, wie gesagt, vom Ton her nicht ganz so gut. Irgendwas hat mit dem Mikro dann nicht gestimmt. Ich hatte mal versucht, mit dem externen Mikro das Ganze aufzunehmen, aber irgendwie, ja, schade. Und genau, das nehme ich jetzt erst mal raus. Während ich das übrigens gerade rausnehme, kann ich noch sagen, ich hatte unterschiedliche Schüsseln probiert. Ich hatte es erst mit der weißen, habe dann aber festgestellt, dass diese weiße Schüssel einfach zu klein war. Ich habe dann also nochmal eine größere genommen, eine transparente, die seht ihr dann gleich. Aber auch die, aber das habe ich dann vergessen zu filmen. Ich habe es dann einfach gemacht. Die ist es dann auch nicht geworden, sondern es gibt noch eine Nummer größer von dieser Schüssel. Weil ich wollte ja keine so eine extrem tiefe, sondern ich wollte einfach was schönes, ästhetisches, leichtes Schüsselchen gerne haben wollen. Deswegen hier hat es sich einfach zu dolle miteinander in Falten gelegt. Und dann habe ich die Falten so nicht hinbekommen, wie ich es gerne haben wollte. Und ja, dementsprechend musste ich umdisponieren und habe es dann eben nochmal nach einer anderen Schüssel gesucht. Während ich das jetzt hier gerade noch mache, könnt ihr tatsächlich genießen. Ja, wer meinen Kanal übrigens noch nicht kennt, gerne abonnieren. Ich liebe auch Däumchen nach oben. Ich liebe es auch, wenn ihr kommentiert, falls ihr noch Fragen habt. Gerade wenn jetzt irgendwie doch die Anfänger noch mit dazu kommen, die vielleicht das noch gar nicht gemacht haben. Habt ihr konkrete Fragen nach diesem Video noch, schreibt sie mir gerne unten runter. Was wollt ihr zum Beispiel gerne auch nochmal sehen? Weil die Frage nach den Basics letztendlich war unter einem Video mit Trockenblumen. Das ist in Planung. Ich bin dran, dass ich da so ein bisschen nochmal die Trockenblumen nehme. Ich habe auch noch ein paar Trockenblumen da. Und genau, also schreibt da gerne nochmal, falls ihr konkrete Fragen habt, was ihr gerne nochmal wissen wollt. Und übrigens, falls ihr keine Schüssel machen wollt, das ganze Harz, was ich jetzt zum Beispiel nutze, das ist nach 24 Stunden ausgehärtet. Und ich habe jetzt übrigens auch die Handschuhe an, weil ich sie ja erstens ist es noch weich. Das heißt, die Hände müssen trotzdem auch geschützt werden, aber auch die Schüssel muss geschützt werden. Denn sonst kommen so unschöne Fingerabdrücke drauf, die ja dann einfach nicht fein sind. Also dementsprechend solltet ihr mit so einem weichen Harz dann, wo ihr irgendwie das Ganze in eine Schüssel oder ähnliches drücken wollt, hantieren wollen, dann unbedingt auch die Handschuhe nochmal anziehen. Ich weiß, manchmal ist es einfach zu warm für Handschuhe, aber es ist für euch wichtig und für das Werk, was ihr macht, eben auch. Ja, dann habe ich, als es dann in der Schüssel war, beziehungsweise dann in der nächsten, habe ich es dann bis zum nächsten Abend sogar aushärten lassen, weil ich dann auch arbeiten gegangen war. Ich hatte es auf den Sonntag angefangen und Montag gehe ich ja wieder arbeiten. Und dementsprechend habe ich es dann eben auch dann so lange drinnen gelassen, weil ich dachte, das wird ja jetzt auch nicht schlecht. Ich wollte euch ja auch mitnehmen, wenn ich es raushole. Was ich jetzt auch mache, ich mache so eine Entformen-Sachen übrigens unglaublich gerne auf der Erde. Also ich bin sowieso so ein auf der Erde Sitzer und freue mich da immer drüber, wenn ich das einfach mal so ein bisschen ausleben darf. Ja, das ging auch sehr gut raus, sehr leicht und genau, das ist jetzt meine überdimensionale Schüssel. Aber ich glaube, das hat es auch ganz gut für mich jetzt gelöst. Es gibt ein, zwei Sachen, die ich vielleicht gerne anders gehabt hätte, aber das war vollkommen in Ordnung so jetzt. Und wie gesagt, ich finde das Ergebnis mega. Ich hoffe, euch gefällt es auch, weil das ist so ein unglaublich schöner Effekt, auch von der anderen Seite. Das hat einfach so was Schönes. Also ja, ich hatte erst überlegt, ob ich dann noch die Ränder mit Silber oder Ähnlichem irgendwie anmale, habe mich aber bewusst dagegen entschieden, weil ich irgendwie so ein bisschen Angst hatte, dass das schöne Ergebnis damit kaputt geht und ich das dann nicht mehr ganz so schön finde. Und dementsprechend habe ich es jetzt so gelassen. Wie gesagt, ich liebe das Ergebnis. Schreibt mir gerne, was ihr denkt. Und wie gesagt, gerne Däumchen nach oben oder eben auch ein Abo dalassen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich freue mich sehr drüber immer. Auch wenn es ein Hobby für mich ist, ist das halt trotzdem immer was, wo ich denke, oh, wie schön, ich freue mich. Und ja, ansonsten, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder und euch hat das Video gefallen. Und ja, dann noch einen wunderschönen Sonntag und bis bald. Und ja, dann noch einen wunderschönen Sonntag.